Auch nur ob. Es ist eigentlich useless zu fragen, was ich mache. Aktionszeit von einem Stab. Es ist einfach sinnlos zu fragen, was ich mache. Wenn ich nicht trainieren bin, dann macht das eine andere. Lass dich zocken. Kannst du mein Leben in zwei Sachen beschreiben? Zwei Aktivitäten. Zocken und gefickt werden. Ich meinte zwar eher zocken und trainieren, aber okay. Ist auch auch geil. Alte, F10 hab ich gehört. Ja, hab ich auch gehört. LOL, was? Hä? Ach, das war der Gegner mit dem Double. Den hab ich hier gekriegt. Zumindest hab ich's versucht. Ach, die Bruder wird Kassian später. Hallo! 1 Attackers Income Pfff Let's get you back out there. Hehehe. Wann geht. Geh woanders raus. Orale, a darle con todo. Was? Was ist, kommt, kennt man das? Kann man das essen? Ja, Dinger. Du konntest alles essen, du Lauch. Sei lazy. Das war jetzt nicht nett. Du Bohnenstange, kauf dir ne große Hotbox. Das ist halt nicht auf Island bezogen, aber das passt halt gerade so geil. Geh fikt... Geh fikt... Fikt dich den Wolenstange, kampf dir ne große Hotbox. Geh fikt hab ich die Widow.